Das sind gefährliche Situationen. Bei gewissen Situationen müssen wir nicht mehr checken. Irgendetwas anderes, aber keine gefährlichen Sachen auf dem Eis machen. Wir Spitzen-Sportler sind unsere Systeme so fein getunet. Ja, einfach draufstehen ist noch eins. Hallo zusammen zu der Q-Box. Neues Jahr, neues Dekor. Heute das Thema Hörnerschütterung. Man kennt es aus dem Eishockey. Wie schlimm ist so eine Hörnerschütterung? Und wie lange kann man so einer Nachfolge leiden? Das ist ein Thema, das wir heute klären. Unter anderem mit Philippe Vorher, Verteidiger von Fribourg Cotron. Und dem Radio-FR-Cotron-Experten Real Remi. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Philippe Vorher, Hörnerschütterung ist ein grosses Thema für dich. Man hat schon ein wenig gemunkelt. Das ginge vielleicht gar nichts mehr. Ist das Karriereende, das es gar nicht mehr gibt, irgendwann ist bei dir auch mal ein Thema gewesen? Ja, ich glaube, es war mehr ein Thema von all aussen. Aber für mich selbst ist es nie zur Frage gekommen. Ich habe immer gesagt, dass es für mich ein totales Horrorszenario wäre, wenn es so weit kommen würde. Und ich bin froh, dass ich jetzt wieder spielen darf. Aber das wäre das Schlimmste, wenn man so eine Karriere beenden müsste? Ja, definitiv ist etwas sehr Schlimmes, wenn man einfach so aus der Karriere gerissen wird und eigentlich nicht selbst bestimmen kann, wenn es eine Zeit ist, an der man aufhören möchte. Wo waren so die grössten Baustellen, die du gehabt hast? Mit was? Was hat dir am meisten Mühe gemacht? Ja, bei mir ist im Frontallab und vor allem im Nacken ein grosses Problem gewesen, wo ich auch heute im Nacken noch weiterhin ein bisschen rumdoktern muss und immer schauen, dass der frei ist. Die verschiedenen Systeme wollten ich nicht zusammenarbeiten. Dort haben wir einen extrem großen Gas gegeben. Und ich bin dort weiterhin noch im Aufbau, damit es perfekt kommt. Ja, das mit den verschiedenen Systemen und alles. Das schauen wir später noch an, wenn wir mit einer Expertin reden über Hörnerschütterungen. Real Remi da auf der anderen Seite, selber auch Spieler gewesen, selber auch NACA gespielt, selber mal konfrontiert gewesen mit einer Hörnerschütterung. Ende 90er Jahre ist es passiert. Aber wenn ich so eine Situation höre, hatte ich auch Probleme mit dem Licht. Früher konnte es als jüngerer Spieler Playstation nicht mehr spielen. Und zum Glück hat es nicht lange gedauert und ich konnte weiter spielen. Aber es war nicht so bekannt. Ganz einfach. Dann hat man kurz Pause gemacht und weiter gespielt, oder? Ja, genau. Ein paar Tage geblieben oder sogar probiert zu trainieren. Aber der Kopf hat einfach wehgetan oder leicht Probleme gemacht. Wir haben gesagt, ich habe ein wenig Kopfweh. Ich weiss nicht, was da los ist. Wir sind ein wenig gehökelt und gewartet. Aber es ist schlimm. Es ist vor 20 Jahren auch, wir haben davon nichts gewusst. Seit länger und jetzt, dass wir im Voraus schauen, präventiv schauen, dass es schon gar nicht passiert. Du, Real, bist eine Zeit lang Juniore-Trainer gewesen, bei Fribourg-Gotton, aber auch bei der ZSC Lions. Was macht man dort gerade mit den Junioren in präventiver Hinsicht? Die Verhörner-Schütterungen? Eben, das ist eben nachher von dem Verband gekommen, dem Schweizer Verband, dass wir da mit den Jungen, sogar ab Moskito, würde ich sagen, den Alten, den wir dürfen checken, dass wir viel anfangen, zu lernen und zu sagen, bei gewissen Situationen müssen wir nicht mehr checken. Einfach. Irgendetwas anderes, aber keine gefährlichen Sachen auf dem Misch machen. Es ist auch anders geworden mit dem Material. Jetzt haben wir eine bessere Ausrüstung. Sogar die Helme. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, Philipp, wie es früher war mit den CCM oder Bauernhelmen, die wir gehabt haben. Fast viele Saisons lang, wir waren so wohl dort und wollten nicht wechseln. Jetzt ist es nicht mehr der Fall. Also die Materialien besser. Die Anlage ist auch anders. Die Banden sind jetzt aufgestellt, dass es weniger weh macht, wenn ein Kontakt kommt. Jetzt ist immer das Problem in diesen Winkeln. Also wenn man nicht sieht, dass jemand mit den Elbe gehen könnte, das kann der Spieler nicht viel machen. Aber der Check an der Bande ist schon seit langem bei den Jüngeren verboten. Und schlussendlich mit den älteren Jahrgängen. Ich spreche jetzt von der Novizen-Elite-Stufe. Juniorelite-Stufe muss man da nicht mehr viel machen. Das ist ja bekannt. Aber mit 12, 13, 14 jüngeren Spielern ist das ein hekeltes Thema. Ich habe heute das Gefühl, dass es sehr gut kommt. Was macht man auf Profi-Stufe präventiv? Tut man da extra Muskelnaufbau im Neck? Ich glaube, im Profi-Bereich wird man erst sensibilisiert, wenn man eben so eine Hirnerschütterung durchmachen muss. Und dann sieht man schon das Potenzial, das man noch hat. Ich sehe immer noch, auch bei unserer Liga, dass man zum Teil falsch an Böcke fährt oder dass man gefährliche Drehungen macht kurz vor der Bande. Und das sind gefährliche Situationen, wo jetzt mit dem neuen Material, das natürlich einen unglaublichen Speed in den Spiel hat, reingebracht, natürlich ganz andere Kräfte da wirken. Das sind also die ganzen Probleme, die man mit Hirnerschütterungen hat. Jetzt aber die Frage, was überhaupt an Hirnerschütterungen ist? Und wie genau sieht die Langzeitfolge aus? Wir haben mit einer Expertin gesprochen, Frau Dr. Nina Federmann, der Leiterin vom Swiss Concussion Center in Zürich, der Martin Spinde, konnte mit ihr auch sprechen. Eine Hirnerschütterung ist durch einen kurzzeitigen Verlust der normalen Gehirnfunktion als Reaktion auf eine Kopfverletzung charakterisiert. Wichtig im Bereich der Hirnerschütterung zu beachten ist, dass ein Schlag gegen den Kopf nicht nur das Gehirn erschüttern kann, sondern auch weitere assoziierte Strukturen, die den Kopf betreffen, wie zum Beispiel das Innenohr, Hirnnerven, Augen oder die Halswirbelsäule. Was sind dann die Folgen, die Schäden, Gefahren nach einer Hirnerschütterung? Was erwartet eben so ein Patient? Eine Hirnerschütterung kann ganz unterschiedliche Bereiche bzw. Funktionen des Gehirns betreffen und daher auch zu völlig unterschiedlichen Symptomen führen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Sehstörungen, Gedächtnisstörungen, Spindel- oder Gleichgewichtsstörungen. Wie gesagt, sind häufig auch andere Strukturen, wie zum Beispiel das Gleichgewichtsorgan im Innenohr oder die Halswirbelsäule betroffen. Werden die Symptome, und das ist jetzt ganz wichtig, nicht richtig zugeordnet, können sie nicht richtig behandelt werden. Und dann kann es zu zentralen Anpassungs- oder Kompensationsmechanismen kommen, was wiederum zu Folgesymptomen führen kann, zum Beispiel Vermeidungsverhalten, in der Folge Nackenbeschwerden, Müdigkeit der Augen und dann auch bis zu sozialen Rückzügen führen. Und wie kann man eine solche Hirnerschütterung therapieren? Der therapeutische Ansatz richtet sich immer nach den im Vordergrund stehenden Symptomen. Die Diagnose ist somit für die Form der Therapie ausschlaggebend. Meist sind, und das haben Sie gerade erwähnt, sogenannte multimodale Therapieansätze notwendig. Und dafür werden im Allgemeinen für die einzelnen Bereiche standardisierte Methoden und Techniken angewandt, die dann den Leitlinien der jeweiligen Fachgesellschaften entsprechen. Und dann, und das ist ganz wichtig, aufeinander abgestimmt und koordiniert durchgeführt. Das also die Frau Dr. Nina Federmann, die da über die Hörnerstütterungen ein bisschen das Zeug erklärt hat. Philipp, man hat jetzt gehört, es ist nicht wie das Beet gebrochen, drei Wochen, drei Monate, je nachdem die Pause, und das ist um mich gut. Es ist wirklich einfach, man muss von Tag zu Tag nehmen. Das ist, glaube ich, genau das, was es schwierig macht. Ja, ich glaube, es ist das Schlimmste für einen Sportler, weil ein Sportler will eigentlich immer wissen, wann kann ich zurück, was muss ich machen, wie kann ich es beschleunigen. Also man hat Symptome, man merkt, man ist gereizt, man hat nicht viel Verleiden phasenweise. Und die Aussen nimmt einen eigentlich wahr, wie sonst. Und es gibt nur, ich denke, die Therapeuten, die um die Patienten sind, die sehen das, die haben gewisse Detail-Sachen, wo man es sieht. Man sieht es an Augen zum Beispiel, oder am Verhalten selber, wenn man dann den Sportler kennt, wo man merkt, da ist etwas noch nicht ganz gut. Und anhand von dem, kann man dann den Rückführungsprozess starten. Bei dir ist alles ein bisschen dazu gekommen, oder hast du so wirklich etwas gegeben, das dich extrem fest belastet hat? Bei mir war das linke Innenohr betroffen, es waren die Augen betroffen, es war der Nacken betroffen. Und dann habe ich, eigentlich aufgrund von dem, habe ich einen Therapieansatz gewählt und gewusst, was ich machen muss. Internationale Spiele werden ganz anders geführt, die kann ich beurteilen. Dort habe ich gespielt, und es sind einfach unglaublich, die korrekten Checks, die wir dort haben. Es gibt sehr wenige, dreckige Sachen, auch international. Es ist auf einem sehr harten, hohen Niveau, aber sehr fair. Und ich glaube, dort konnten wir sicher einen Schritt machen. Wir konnten auch einen Schritt machen mit den Bussen, die wir hochgesetzt haben. Wir konnten auch einen Schritt machen mit den Banden, die endlich flexibler sind worden, denn wir sind sie immer noch nicht so flexibel wie international. Wenn ich daran denke, an Stockholm 2013, die Banden dort, da kann 100, 200 Kilogramm ankommen und du weisst einfach, kein Problem, ich kann den Jack annehmen. Das hätte es früher nicht können, das war sehr schwierig. Heutzutage findet die Hirnerschütterung, die wir noch haben, meistens auf einem offenen Eis statt, oder eben in Situationen, in denen du zu wenig siehst oder zu wenig antizipieren kannst. Was Philipp Vorher selber über seine Hirnerschütterung sah und was wir von der Expertin gehört haben, was es überhaupt ist, so eine Hirnerschütterung und was Probleme sind, über das haben wir gesprochen. Jetzt nimmt es uns aber Wunder, was die Mitspieler von Philipp Vorher zu sagen haben zu ihrer Hirnerschütterung. Spielern sprungen, es geht um das Thema Hirnerschütterung. Ich glaube, du hast gar nicht mehr erzählt, wie viel das sie sehen in ihrer Karriere war. Nein, ich glaube, nein, ich muss das nicht sagen. Sicher, das war eine, ich habe viele Verletzungen mit dem Kopf gehabt, aber ich glaube, das ist sicher eine Verletzung, die kommt sehr oft jetzt. Das Spiel geht so schnell, die Spieler sind so gross und es kommt so schnell. Aber ich glaube, das ist ein Thema im Oké. Wir müssen das weniger wie möglich, aber sicher, das ist nicht so lustig, wenn du eine hast. Ja, also die grosse Challenge ist sicher, dass es eben halt auch sehr viel neuronal ist. Kopfsachen sind immer schwierig, langwierig, aber rein physisch haben wir auch nicht das Problem beim Bewegungsapparat. Also, da ist es halt dann wirklich das Zusammenspiel mit den Ärzten, wirklich halt mit neuronalem Training, mit Spezialisten, also mit Concussion-Center für Hirnschütterungen wieder in Reha zurückzukommen. Das braucht halt sehr viel Geduld. Ja, das, was ich sagen kann, ist einfach schon, dass halt verschiedene Sachen aus dem Lot geraten sind, sicher auch Vorgeschichten, wie wir alle kennen. Und, dass man dann anhand von diesem Dossier hätte sagen können, wir arbeiten eben mit gewissen Koordinationssachen und die haben wir auch eben Therapeuten gehabt, der mit Philipp 1-2-1 hat gearbeitet. Und das hat vielleicht so ausgesehen, dass man Bewegungsabläufe macht und der Tier zum Beispiel für die Augen gewisse Punkte fixiert an der Wand und gewisse Bewegungsabläufe nachher wie simuliert, dass das Hirn sich dann auch wieder an Sachen gewonnen konnte, die es ein bisschen vielleicht verlehrt hat natürlich durch den Unfall. Du hast vorhin das linke Innenohr sei das Problem gewesen, sprich Gleichgewichtsproblem? Ja, klar, es hat mit dem Gleichgewicht zu tun, aber mit dem Sehnen feinen Ausmass und das ist auch das, was immer schwierig ist zum Erklären, weil wir Spitzensportler unsere Systeme so fein getunet sind. Und wenn dann irgendetwas nicht stimmt, dann merken wir das persönlich sehr schnell, aber es ist oft eben nicht einsehbar von aussen und dann braucht es spezifische Tests, die das dann zeigen. bei mir ist das ein Problem gewesen, aber es war nicht so, dass ich mich nicht mehr halten konnte oder nicht mehr auf einem Bein stehen konnte. Das war nie der Fall. Philipp Führer hat das Gleichgewicht nicht ein ganz grosses Problem. Wir wollen doch mal testen, ob er mit dem Gleichgewicht wirklich kein Problem hat. Philipp Führer nicht zu viel versprochen hat in Sachen Gleichgewicht, dass das kein Problem sei. Ein kleines Balance Board in der Mitte Philipp Führer kennst du schon aus dem Training, oder? Ja, natürlich nicht so schön in Surfform, aber in Surfbrettform, aber die ganzen Seben oben haben wir natürlich auch. Hast du da letztens ein paar Mal auf so einem Balance Board trainieren? Unter anderem, ja. Wie sieht also die schwierigen Übungen aus? Ja, die schwierigen Übungen sieht eigentlich aus, noch mit drei Tennisbären noch an die Wange jonglieren. Und dann noch mit verschiedenen Kommandos z.B. von 123 runterzählen. Okay, also wenn wir mal probieren, vielleicht nicht gerade von 123, aber ich bitte dich mal schnell da bitte draufzukommen. Ja, einfach draufstehen ist noch eins, noch jonglieren dazu. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Noch jonglieren dazu, das bringe ich nicht hin. In diesem Fall Gleichgewicht wirklich nicht so ein Problem, oder? Nein, das haben wir zurück. Das ist gut. Also, Philipp Furrer ist, ihr seht es, tiptop unterwegs. Gleichgewicht gar kein Problem mehr für die Zukunft für mich schon mal zu schlöfeln. Das hindert auf Anfang nicht dran. Also, Philipp Furrer hat es bewiesen, Gleichgewicht kein Problem. Und jetzt werden wir aber gleich noch ein bisschen über Gotro im Allgemeinen reden. An strengen Januar ist es, mit zwölf Spielen. Ziemlich ein halbwegs Programm von letztem. Ja, ein Up-and-Down vier Siege und sechs Niederlagen aus den zehn Spielebesitz im Januar. Du warst ja der Hälfte dabei, die andere Hälfte hast du noch zugucken. Wie erlebst du es momentan so in der Mannschaft? Die letzten paar Spiele haben uns gezeigt, wo das neue Defizite sind. Es ist immer wichtig, dass man gegen gute Teams bekommt wieder mal Rückmeldungen, was fehlt es noch. Ich glaube, wir müssen uns taktisch noch viel mehr festigen und auf die wichtigen Spiele, dass wir dort wirklich kommen können, unsere Top-Leistungen über 60 Minuten abrufen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das jetzt in den nächsten Spielen aufarbeiten und dort uns verbessern können. Real, du als Experten bei uns bei Radio Freiburg hast du ein paar Spiele gesehen, unter anderem die gegen Zug sicher auch. Man spricht ein bisschen davon, dass Freiburg nicht so richtig gegen Top-Teams sind sie einmal gegen Genf gewonnen, einmal gegen Lausanne, sonst gingen sie verloren, eben gegen Zug, gegen Lausanne, gegen Genf und gegen Zürich jetzt auch gerade zuletzt. Wo siehst du genau die Defizite gegen die Grossen? Gestern habe ich gespürt, dass es eben auch physisch ein bisschen untergegangen ist. Ich würde sagen, 30 Minuten voll dabei mit Zürich. Und plötzlich eben die Situation, spezielle Situation, entweder vier Powerplay nacheinander, wo Freiburg kein Goal geschossen hat, oder eben auf die Gegenseite zwei Powerplay von Zürich, wo sie dann den dritten Goal gemacht haben, wo fast schon den Resultat zählt schlussendlich. Genau wie du siehst hast, Zug, Lausanne, Zürich sind für mich die drei beste Mannschaft momentan. Sie laufen sehr gut, sie sind technisch dabei, sie haben viel grösseren Kader und das spürt man schlussendlich. Aber es sieht wirklich gut aus. Goalie, Top-Goalie der Liga, das hilft sehr. Und gute Balance zwischen Erfahrung und junger Spieler, die da viel Tempo bringen. Und ich habe das Gefühl, es kommt gegen Besser. Also hoffen wir, dass dir das gelingt, bis zu den Playoffs. Merci vielmals, dass ihr da gewesen seid, Philipp Vorher und Real Remi. Oh ja, das war das mit der heutigen Q-Box. Die nächste gibt es am 22. Februar, dann wissen wir das schon ein bisschen mehr, dann sind wir das schon nach der Playoffs. Dann sehen wir, ob es vielleicht gleich reicht mit dem vierten Platz, den Philipp Vorher ebenfalls gerne möchte, wie auch Real Remi. Schön, dass ihr dabei war. Danke für einmal, habe ich eine schöne Arbeit. Tschüss zusammen. und wie auch Glocken Ausatmen hat ja noch es fällt so viel Zeit. Aber ich habe die飲ende für mich, auch das ist nicht, dann bin ich, auch Leute. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.